Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Ausgabe des Toko Toko Nomi Podcast. Mit dabei wieder der gute Bad Deku, der euch natürlich auch begrüßen darf. Freut mich, dass ich mal wieder am Start sein kann und ich würde sagen, wir reden heute über kein geringeres Thema als über Nika und generell über Teufelsfrüchte. Richtig, das Hauptthema sind die Teufelsfrüchte, in welchem Bezug Nika dazu steht. Mal abgesehen davon, dass die Hito-Hitonomie, mythisches Modell Nika existiert, gibt es da vielleicht noch eine engere, tiefere Beziehung bzw. ein Geheimnis, das wir lüften möchten. Und natürlich die große Frage, was ist eigentlich der Ursprung der Teufelsfrüchte? Vegapunk hat uns im Egghead Island Arc ein bisschen was erklärt, wobei man auch hier natürlich vorsichtig sein muss, denn er hat ja selbst gesagt, es ist seine Theorie. Gut, im Grunde ist er das Sprachrohr von Oder und Oder hatte das ja schon lange in den Fanpost angekündigt. Irgendwann kommt da so ein Doktor, ein Professor, der erklärt uns alles über Teufelsfrüchte und das war halt im Grunde dieser Moment. Teufelsfrüchte, ja, das sind die Wünsche, die Bestrebungen, die Träume der Menschen, die dann halt im Grunde, ja, kann man sagen, Gestalt angenommen haben in Form der Teufelsfrüchte. Und er hat ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, wenn er eine Teufelsfrucht essen könnte, dann wäre es die Hannah-Hannah-Nomie, die Flora-Frucht von Nico Robin, damit er mehr Hände hätte zum Zeichnen und weiteres. Also ist Oder dafür verantwortlich, dass diese Teufelsfrüchte existiert. Es sollen aber jetzt nicht nur die Träume und Wünsche der Menschen in der One-Piece-Welt sein, sondern halt auch aus anderen Dimensionen, was ich ziemlich romantisch finde als Idee, weil es ja im Grunde dann bedeutet, dass auch wir, die Fans, da in gewisser Weise einen Einfluss genommen haben. Und ich denke, jeder hat schon mal darüber nachgedacht, welche Teufelsfrüchte könnten noch existieren. Deswegen erstmal so deine Meinung dazu, wo glaubst du oder wie glaubst du, sind die Teufelsfrüchte entstanden und für welche Teufelsfrucht bist du verantwortlich? Also erstmal zu dieser Sache, dass Vegapunk sagt, es ist seine Theorie. Erstmal finde ich es auch wichtig zu sagen, das, was Vegapunk gesagt hat, ist nicht zu 100% Fakt. Aber ich denke mal, wir können uns schon relativ sicher sein, dass Vegapunk da auf einer sehr heißen Spur sein wird. Also was auch immer es am Ende wirklich sein wird, das, was Vegapunk gesagt hat, wird nah dran sein. Trotzdem wird es nicht so sein, denke ich mal, dass sich die Leute, dass sich irgendwelche Menschen gewünscht haben, okay, ich möchte eine Jackenfrucht und auf einmal ist dann eine Jackenteufelsfrucht entstanden. Dann ist irgendeine Seele gewesen, die ist dann in eine Frucht gewandert, schwupp, Teufelsfrucht und du hast die Jackenfrucht. Ich denke mal nicht, dass es so gewesen sein wird. Und soll ich wirklich schon direkt darauf eingehen, wie ich glaube, wie Teufelsfrüchte entstanden sind? Ja, ja, ja. Okay, also erstmal glaube ich, dass Teufelsfrüchte, entweder, es gibt zwei Optionen, entweder sind Teufelsfrüchte im antiken Königreich entstanden oder Teufelsfrüchte sind auf den Monden entstanden oder auf dem Mond entstanden, je nachdem. Wie Teufelsfrüchte tatsächlich entstanden sind, sie denke ich folgendermaßen aus, und zwar, dass wir, dass quasi das antike Königreich oder eben diese Zivilisation auf dem Mond, die ja ebenfalls hochentwickelt war, eine Technologie gefunden hat, Träume, weil letztlich jeder Mensch oder wahrscheinlich nahezu jeder Mensch zumindest hat irgendwelche Träume und Vegapunk sagt ja auch auf Eckert, dass es Energie gibt, die überall um sie herum schwirrt, dass sie diese Energie, ich denke, dass damit Träume gemeint sind, weil das auch ziemlich gut zur Story One Piece passen würde, dass sie einen Weg gefunden haben, Träume quasi zu sammeln und daraus eine Energiequelle zu erschaffen, was dann mehr oder weniger eine unendliche Energiequelle ist, weil es so viele Träume gibt und weil Träume niemals enden. Das passt ziemlich gut zu all den Themes von One Piece. Und quasi, sie haben es geschafft, diese Energie zu bündeln, haben damit die unendliche Energiequelle erschaffen und sind dann hingegangen mit einem Schritt weiter quasi und haben es geschafft, aus diesen Träumen quasi gewisse Träume rauszusondern und diese quasi in Früchte zu lenken, beziehungsweise daraus Seelen zu erschaffen, die in Früchte zu lenken und dann eben damit neue Teufelsfrüchte oder damit eben dann die ersten Teufelsfrüchte erschaffen haben. Was, welche Bäume, welche Sachen waren damit noch involviert? Ich denke mal, dass es so oder so, egal ob sie auf den Monden kreiert wurden oder im antiken Königreich, dass sie dafür den Schatzbaum Adam und den Sonnenlichtbaum Eva benutzt haben. Wir haben bei Caesar gesehen, dass seine Smile-Früchte Sonnenlicht benötigen. Ich denke, dass auch normale Teufelsfrüchte beim ersten Mal Sonnenlicht benötigt haben, als sie erschaffen wurden. Dass die dann irgendwie das Sonnenlicht aus dem Sonnenlichtbaum Eva genutzt haben und das dann eventuell in den Schatzbaum Adam gelenkt haben, weshalb der dann letztlich auch Schatzbaum Adam genannt wurde. Das war ja ziemlich viel. Aber erst mal, was glaubst du, wie sind Teufelsfrüchte entstanden? Naja, erst mal Schatzbaum Adam. Es kann ja auch sein, weil der halt dieses krasse Holz hat. Also das ist ja auch schon quasi ein Schatz an und für sich, das Holz. Und ich weiß ja nicht, wie die das Holz da halt abarbeiten. Das kann ja auch sein, dass es einfach mal ein Ast, der über 1000 Jahre gewachsen ist, runterfällt. Und deswegen gibt es halt nicht so viel Holz des Adam-Baums. Und das wird dann auch mehr über den Schwarzmarkt vertickt, wo es ja auch Frankie dann gekauft hat. Und ich glaube, du bist ja auch meiner Meinung, dass wenn irgendwo Adam steht, dann wahrscheinlich auf Elbaf. Ja, denke ich auch. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Berg ist, der so steil da nach oben geht. Das ist ja wahrscheinlich auch größer als jeder Riese. Also wenn es einen Riesen gibt, der größer als das ist, dann Respekt vor diesem Riesen. Nein, ich gehe mal davon aus, so ein Riese ist auch halt eine Ameise gegenüber diesem Baum. Also das merkst du wahrscheinlich gar nicht, dass da so ein Baum ist, wenn du daneben stehst. Da musst du schon ein bisschen weiter weggehen. Aber kommen wir mal zu diesem ganzen Ursprung der Teufelsfrüchte. Und ich weiß nicht, ob das auf dem Mond entstanden ist mit einer, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, so Teufelsfruchtmaschine. Ja, man wirft die Träume und die Wünsche oben rein. Unten kommt die Teufelsfrucht raus. Wobei ich mir halt dann sowieso immer so ein bisschen die Frage stelle, Teufelsfrüchte, sind sie etwas Natürliches in dem Sinne, dass sie halt wirklich durch einen Traum eventuell, jetzt lassen wir mal diese Maschine beiseite, an einem Baum gewachsen sind. Also jemand erträumt sich, ich will eine Jacke sein. Ja gut, vielleicht ist der Traum auch anders zu verstehen. Er wollte irgendjemanden wärmen und daraus ist die Jackenfrucht entstanden. Und dann wächst dann diese Frucht an irgendeinem Baum oder ist dann diese Kraft quasi, dieser Wunsch, in irgendeine Frucht hineingefahren. So, dass halt eine Teufelsfrucht entstanden ist. So wie wir es im Grunde auch kennen, wenn ein Teufelsfruchtnutzer stirbt, geht die Kraft wieder in eine Frucht. Teilweise kann das in der Nähe sein, das kann aber auch überall in der Welt passieren. Da haben wir ja ähnliche Aussagen bekommen dazu. Was ja dann für mich immer so ein bisschen dafür spricht, dass die Frucht an und für sich vielleicht eher eigentlich nur so eine Art Zwischenwirt oder halt ein Zwischenspeicher ist, bevor halt dann der nächste Teufelsfruchtnutzer dann halt in den Besitz dieser Teufelsfrucht kommt und diese dann halt verspeist. Weil wenn wir jetzt mal dieses ganze Konzept der Verspeisung da überhaupt mal nehmen, es ist ja nicht so, du musst die komplette Teufelsfrucht verschlingen, um halt die Kraft zu haben. Im Grunde reicht ein Bissen und der Rest ist dann im Grunde auch gar nicht mehr zu gebrauchen. Ist bei den Smile übrigens ebenfalls so. Deswegen haben die die ja bei der Blumenhauptstadt einfach in den Fluss geworfen und in Ibiza haben sie da die Reste gegessen, weil sie ja nichts zu essen hatten. Sie haben halt absolut keine Kräfte bekommen, halt maximal diese Pleasure-Nebenwirkung durch die Smile-Früchte. Auf der anderen Seite musst du halt auch wirklich schnell sein. Jetzt ist ja gerade Episode A-Manga rausgekommen bei Carlson, wo es um Ace geht und da geht es ja auch darum, wie er die Merda Merda no Mi, die Feuerfrucht gefunden und gegessen hat und so wie es ja dort dargestellt wird, beißen Ace und Maskeduce gleichzeitig in diese Frucht rein, weil sie halt sich nicht darauf einigen konnten, wer sie essen soll und beide wussten nicht, dass es eine Teufelsfrucht ist und es wurde dann auch später erklärt, dass Ace halt wirklich eine Millisekunde früher reingebissen hat als Maskeduce und deswegen eher die Teufelskraft bekommen hat. Das heißt, da gibt es keine große Beschwörung oder irgendetwas Legendäres, ein Licht vom Himmel oder so etwas, sondern quasi sobald dein Zahn diese Frucht berührt, kriegst du diese Teufelskraft. Vielleicht musst du auch ein bisschen mehr reingehen. Ich will da jetzt auch nicht mich drüber streiten ins Detail, aber was für mich dann halt wieder zeigt, dass diese Teufelsfrucht an und für sich dann nichts Natürliches in dem Sinn ist, sondern halt nur ein Gegenstand, ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, die halt wirklich zur Zwischenlagerung dieser Kräfte führt und die ursprünglichen Teufelskräfte vielleicht ganz woanders waren. Vielleicht waren die ursprünglichen Teufelskräfte tatsächlich direkt in einem Menschen, in einer Person oder in einem Gott, weil wir werden ja auch noch über den Sonnengott Nika sprechen und dadurch kann vielleicht sogar der Sonnengott Nika entstanden sein, weil die Leute sich einen Gott gewünscht haben. Normalerweise, und das ist ja in unserer Welt so, haben wir ja verschiedene Götterglauben und da ist halt auch quasi der Wunsch entstanden, dass es ein höheres Wesen gibt, das uns alles im Grunde erklärt, was auf der Welt passiert, was wir uns selbst nicht erklären können. Das geht natürlich dann noch tiefer in die Theologie hinein. Da will ich das gar nicht so groß thematisieren, aber wie war das in der One-Piece-Welt? Weil in der haben wir ja in dem Sinne gar keinen Gott. Also ich habe jetzt noch nirgendwo gesehen, dass man in eine Kirche gegangen ist, wobei es halt Kirchen gibt und wir haben auch eine Bibel bei Bartholomeu Kuma gesehen, wir haben ja auch einen Nonnen gesehen, damals auf Whisky Peak. Also es scheint da ja doch irgendwo einen gewissen Glauben zu geben. Ist halt die Frage, betet man tatsächlich einen allmächtigen Gott an? Denn bei den meisten Göttern, über die wir hier reden, und der Sonnengott Nika, der fällt ja eher unter dem Fall Kami, was halt im besseren Fall ein Schutzgeist eigentlich ist. Weil von denen gibt es ja relativ viele in Japan, in der Folklore. Und deswegen glaube ich auch, dass das eher hier der Fall ist. Ich glaube auch Kami war der Titel von Enel, beziehungsweise von Ganford auf Skypie. Die haben jetzt nicht Gott da zu ihm gesagt. Also klar, im Deutschen und Kami kann man natürlich mit Gott übersetzen, aber man darf es vielleicht nicht so vergleichen mit bekannten Göttern, die wir jetzt hier in unserer Welt anbeten. Daher frage ich mich natürlich, wie war das auf der One-Piece-Welt? Du hast ja auch schon gesagt, ja, wann sind diese Teufelsrüchter entstanden? Vielleicht im leeren Jahrhundert. Vielleicht kommen sie tatsächlich vor dem Mond. Wenn sie aber vor dem Mond kommen, dann müssen sie ja schon vorher da gewesen sein, weil ich denke, wir können uns darauf einigen, dass die Himmelsmenschen oder sagen wir mal die Mondmenschen dann, die Birkaner, Skypianer, Shandia, ja, vor dem leeren Jahrhundert bereits auf die Erde gekommen sind. Oder siehst du das? Nein, nein, da können wir uns ziemlich sicher sein, dass es so ist. Wir kennen wenig Daten in One-Piece, aber wir kennen ein Datum ziemlich gut, und zwar das Jahr 402 Kajen. Was das Jahr ist, oder wir wissen, dass die Stadt Shandora in diesem Jahr prosperierte und das liegt 200 Jahre vor Beginn des verlorenen Jahrhunderts. Also wir können uns ziemlich sicher sein, dass die Himmelsmenschen vorher auf die Erde gekommen sind. Und ja, wenn es auf den Monden entstanden sein soll, dann denke ich, dass es weit vor dem verlorenen Jahrhundert geschehen ist, oder was heißt weit, ein paar hundert Jahre vorher, und zwar um das Jahr Null herum. Was ganz gut mit dem Namen Kajen beziehungsweise Kajenriki zusammenpasst, was übersetzt so viel wie Kalender des Meereskreises heißt. Wir haben zwei Kalender in der One-Piece-Welt, die wir kennen. Tenriki und Kajenriki. Tenriki ist Kalender des Himmels, der war vorher, und Kajenriki der aktuelle, wie gesagt, Kalender des Meereskreises. Der ist im Jahr Null, wurden die Kalender aus irgendeinem Grund gewechselt, und das würde ganz gut passen, dass man quasi sagt, es gibt ja dieses Ohara-Modell, nachdem es eventuell sieben Monde gegeben hat, dass man quasi sagt, irgendwie wurden diese Monde zerstört, beziehungsweise wegen diesen Monden hieß es Kalender des Himmels vorher, weil es im Himmel diese sieben Monde gab, die wurden dann zerstört. Ich habe ja schon, also ich habe bei mir in verschiedenen Videos schon darüber gesprochen, dass eventuell die Red Line darin involviert sein könnte, aber da will ich nicht zu tief ins Detail gehen. Und dass dann quasi auf jeden Fall die Red Line entstanden sein könnte im Jahr Null, deswegen dann Kalender des Meereskreises, vielleicht auch die Grand Line dazu, das würde ganz gut passen, dass man dann quasi diesen Wechsel hätte. Und ja, generell wurde halt impliziert, dass relativ viel und wichtige Dinge zu dieser Zeit geschehen sind, weil alleine der Name, alleine der Name, der sagt schon, der hat schon eine gewisse Bedeutung, schon ein gewisses Gewicht. Also Kalender des Meereskreises, die Red Line und die Grand Line sind so mit zwei der wichtigsten Dinge in One Piece. Und das ist im Jahr Null geschehen. Und wir wissen, dass es im Jahr Null diesen Kalenderwechsel gab, wohingegen es den bei der Gründung der Weltregierung nicht gab. Eigentlich sollte man denken, dass die Gründung der Weltregierung so wichtig ist, dass sie sagen, Kalender der Himmelsmenschen oder so, Himmelsdrahen. Irgendwie sowas. Aber das ist nicht passiert. Und das könnte darauf hindeuten, dass eben damals schon etwas sehr Wichtiges geschehen ist. Und wer weiß, vielleicht auch die Entstehung der Teufelsfrüchte. Aber jetzt mal ein anderes Thema, was du gerade schon so angesprochen hast. Und zwar eventuell könnte es sein, dass es mal Götter auf der One Piece Welt gegeben hat. Und dass diese Götter ursprünglich dann die Teufelsfruchtfähigkeiten besaßen. Und die haben dann vielleicht ihre Seelen oder so in Früchte transportiert. Und ich würde das auch nicht ausschließen. Ich finde den Gedanken an sich ziemlich interessant. Tatsächlich habe ich da vor geraumer Zeit auch schon mal ein Theorienvideo drüber gemacht. Das ist auf jeden Fall interessant. Das würde dann aber heißen, dass alle Teufelsfruchtarten ja irgendwie in göttlichen Wesen hätten stecken müssen. Also sowohl Logia, Soan und Paramesia, weißt du? Wie würdest du das zusammenbringen? Ja, also gehen wir mal davon aus, es gab die Götter, die halt quasi die Ur-Teufelsfrüchte waren. Und wir haben ja auch im Grunde so eine Art Legende, dass die Seelen der Verstorbenen in Bäume gegangen sind zumindest. Das war ja die Sache in Jaya. Genau, auf Shandora. Genau, und deswegen sollte ja auch Nolan, war ja erst mal der Böse, weil er diese Bäume gefällt haben. Weil da gab es ja diese Bäumfäulnis, die dann die Shandia befallen hat. Aber was ich sehr interessant finde, ist natürlich klar, das Jahr Null. Warum haben die irgendwann angefangen, halt nach oben zu zählen? Und gibt es überhaupt ein Minus? Im Grunde, klar, für uns gibt es ein Minus. Und die Menschen sind nicht im Jahr Null entstanden, weil wir haben den Palast in Abana auf Alabasta, wir haben den Baum auf O'Hara, genau, der halt auch ewig alt ist. Das sind so die ersten Ereignisse, die bekannt sind. Aber was war das Ereignis für die Menschen in der Welt von One Piece, zu sagen, okay, hier starten wir das? Ich meine, ich frage mich das auch, wie das bei uns war. Hat man dann irgendwann gesagt, so 33 nach Christus, okay, wir nehmen jetzt einfach den Geburtstag oder das Geburtsjahr von Jesus Christus, um dann halt eben nach oben zu zählen. Wobei, das ist ja nur der christliche Kalender, den halt, ich sag mal, zu 95 Prozent auf der Welt verwendet wird. Es gibt ja auch noch so Maya-Kalender und so weiter. Da muss es ja ein singuläres Ereignis gegeben haben. Vielleicht war das die Ankunft der Himmelsbewohner, der Dämonbewohner auf die Erde, die dann vielleicht auch die Teufelsfrüchte mitgenommen haben. Oder vielleicht halt tatsächlich auch die Entstehung der Teufelsfrüchte. Dass man sagt, okay, auf einmal gab es dann diese Teufelskräfte und deswegen haben wir angefangen halt eben zu zählen. Weil du hast es schon richtig gesagt. Normalerweise, das wäre der logische Schluss, hätte man anfangen müssen zu zählen, als die Weltregierung gegründet wurde. Ja, und das bringt mich halt dazu, dass dieses Jahr Null so wichtig ist, weißt du? Und dass dieses Jahr Null eventuell auch für die Weltregierung so wichtig ist. Es muss ja im Endeffekt, Imo muss ja die Entscheidung treffen. Imo muss ja sagen, okay, wir machen diesen Kalender oder wir bleiben beim alten Kalender. Und ich habe gerade gesagt, ich will nicht zu tief in diese Seeschlang-Theorie gehen, aber kurz das mal zumindest ein bisschen anreißen. Anreißen geht es quasi darum, dass es einst mal mehr Monde gab. Die Red Line war eine Schlange, ist aufgestiegen, hat die Monde gegessen, ist dann zu diesem Steinklumpen geworden, den wir heute kennen. Und was interessant wäre, wenn die Red Line den Willen des Ozeans gehabt hätte, den jetzt eventuell Imo hat. Wir kennen das alles mit Imo, Umi und so weiter. Dass Imo gewisse Verbindungen zum Meer hat. Das passt schon ganz gut so. Aber sagen wir, die Red Line hatte diesen Willen, ist aufgestiegen und hat die Monde zerstört. Dann kann man die Frage stellen, okay, warum? Nun, vielleicht, weil auf den Monden die Teufelsfrüchte erschaffen wurden. Weil die Mondbewohner dafür verantwortlich waren. Wir wissen ja, dass, also hat Vegapunk uns auch im Kapitel 1069 gesagt, dass das Meer Teufelsfrüchte als blasphemisch betrachtet, als Blasphemie betrachtet. Das heißt, es würde passen, dass die Verkörperung des Meeres, die Seeschlange, heute Imo, ein Interesse daran gehabt hätte, die Leute, die dafür verantwortlich waren, oder die Technologie dahinter zu zerstören, was dann erklären könnte, warum die Red Line die Monde zerstört hat, warum dann die Red Line entstanden ist. Warum Imo die Red Line behält, weil Imo den Willen von dieser Red Line geerbt hat, mehr oder weniger. Und weil, das erklärt dann auch, warum Imo aufs Mary Joa lebt. Und es erklärt, warum Imo die unendliche Energiequelle zerstört hat. Oder warum Imo irgendwie verhindern möchte, dass die unendliche Energiequelle wiederentdeckt wird, was Vegapunk ja angedeutet hat. Das würde schon ganz gut passen, wenn man so überlegt, wenn die unendliche Energiequelle, wie ich es am Anfang gesagt habe, dafür verantwortlich wäre, dass die Torwildsfrüchte erschaffen wurden. Ja, da ist dann natürlich die Frage, wann ist Imo selbst entstanden, also Nerona Imo? Gab es ihn schon lange vor dem leeren Jahrhundert, oder war er halt einfach nur einer dieser 20 Könige, Schrägstrich Königinnen, die damals existiert haben? Also, um dazu kurz was zu sagen, ich könnte es mir so vorstellen, dass es quasi folgendermaßen aussieht, dass der Wille des Ozeans eventuell zwar von Generation zu Generation weitergetragen wurde, aber dass es ähnlich wie bei Joy Boy und Ruffy dann immer nur den einen gab, der es wirklich bis zum Maximum gebracht hat. Damals war es dann halt die Red Line, und die Red Line ist zu der Zeit entstanden, wo die Monde diese Technologie entwickelt haben. Dann ist die Red Line aufgestiegen, hat diese Technologie zerstört, die Monde zerstört und ist dabei selbst gestorben irgendwie so. Dann ging es weiter, die Welt nahm ihren Lauf und irgendwann kam da das Antike Königreich und das Antike Königreich brachte alte Technologien zusammen und prosperierte ebenfalls und dann war kurz davor oder hat es vielleicht sogar geschafft, diese Technologie wiederzuentwickeln. Und dann könnte in dieser Zeit quasi die nächste Person sich hervorgetan haben mit diesem Willen, die dann eben diese Technologie zerstört hat. By the way, das mit der Seeschlange, Seeschlange, Drache, das passt auch so, zumindest sehe ich das so, zu dieser Silhouette, die wir von Imo gesehen haben, als Imo sich verwandelt hat im Thronsaal bei Sabo. Aber das mal nur so nebenbei erwähnt. Naja, es passt ja auch zu dem, was die Riesen damals auf Little Garden gesagt haben, von der blutroten Schlange, die sich um die Welt schlängelt. Ja, da sind wir ja wahrscheinlich bei der Red Line. Ja. Und das ist ja auch eine der Ansätze der Red Line Zerstörungstheorie. Wobei ich mir halt immer noch frage, musst du sie zerstören? Ist sie künstlich entstanden? Gut, mit dieser ganzen Mondtheorie ist das natürlich ein Thema, dass das etwas ist, was so in der Welt von One Piece gar nicht sein sollte. Aber auf der anderen Seite haben wir auch keinen Beweis dafür, dass diese anderen Monde gar nicht mehr existieren, nur weil sie halt nicht thematisiert worden sind. Wir haben auch nur dieses Planetensystem, was wir da auf Ohara gesehen haben. Und das wurde ja eigentlich im Grunde kaum wirklich thematisiert, als irgendetwas extrem Wichtiges. Das kann auch sein, dass die das einfach nur hatten, weil die halt eben die Monde so kalkuliert haben. Oder wir haben ein ganz anderes Konstrukt in dieser ganzen Geschichte. Und zwar, dass, wie das ja auch hier in unserer Welt gedacht wurde, nicht die Welt sich um die Sonne dreht, sondern die Sonne um die Welt. Das kann ja auch sein. Dann haben wir da die anderen Planeten mit Mars, Jupiter, Venus. Werden wahrscheinlich auch andere Namen haben. Das kann natürlich auch noch sehr gut sein. Aber kommen wir nochmal zurück zu Nerona Imu. Ja, also vielleicht fallen mir da auch so ein paar Parallelen auf zur Lore von Warhammer 40k. Da gibt es ja auch diesen unsterblichen Gott Imperator. Der wurde ja auch irgendwann mal erschaffen. Und der hat sich dann auch erst mal aus den Geschicken der Welt zurückgehalten. Ja, hat gar nichts gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt hier, ich übernehme den ganzen Kram hier, den ganzen Laden und dann bin ich das jetzt hier. Und dann drehe ich erst in Erscheinung. Das kann ja sein, dass Nerona Imu auch erst mal so im ruhigen Fahrwasser gewesen ist und gesagt hat, okay, ich bin jetzt nur mal der König hier von meinem Land. Aber jetzt mit dem Krieg gegen das antike Königreich und die Gründung der Weltregierung, ich übernehme den Laden jetzt einfach, sehe ich da schon eine gewisse Parallele. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte, bei Imu ist immer so die Sache, es ist schon merkwürdig, wenn du so überlegst. Klar, es gibt die Erklärung, warum sich Imu nicht zeigt, damit es quasi nach außen hin so wirkt, als ob jedes Land der Weltregierung irgendwie mitreden könnte und als ob es nicht den alleinigen Herrscher gibt. Aber im Endeffekt, selbst in diesem Fall ist es so, dass die Fünf Weisen die höchste Autorität haben und so weiter und so fort. Und Imu muss sich verstecken vor der ganzen Welt. Es ist nicht so, dass Imu wie die anderen Himmelsdrachen so stark in diesem, in Anführungszeichen, Luxus leben kann, weil Imu sich eben verstecken muss. Imu kann nicht diese ganzen Dinge machen. Und wenn der Grund dafür wäre, weil Imu gar nicht daran interessiert ist, so zu leben, sondern weil Imu in erster Linie daran interessiert ist, zu den Willen des Meeres zu erfüllen, dann könnte das das erklären. Und das würde vielleicht auch dazu passen, weil Wille des Meeres, natürliche Entwicklung und so weiter, hat Vegapunk ja gesagt, das würde dazu passen, dass Imu in diesem Blumensaal mit den Schmetterlingen und so gezeigt wurde bei der Vorstellung. Was ja eigentlich schon eher für einen positiven Charakter spricht. Das ist schon eher etwas, was wir mit guten Eigenschaften assoziieren würden, wenn jemand naturverbunden ist. Ja gut, weil wir ja auch die Mutter Natur haben und die Mutter Natur in One Piece ist halt auch irgendwo die See. Also das Meer. Da ist natürlich die Sache, hat dann Imu quasi immer existiert als Personalifizierung des Meeres und es hat dann irgendwann halt gesagt, okay, jetzt ist dieser große Krieg, antikes Königreich und die sind vielleicht auch stark verbunden mit den Teufelsfrüchten, was ja der natürliche Feind des Meeres ist. Da mache ich mich dann halt jetzt mal, also da setze ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen ein und dann haben wir vielleicht auch den Konstrukt, dass ihm das eigentlich relativ egal ist und er will halt einfach nur noch die Ordnung wahren. Genau. Wobei wir halt auch nicht vergessen dürfen, dass er höchstwahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass viele Ereignisse, die wir in der Welt heute haben, Aqua Laguna zum Beispiel, durch seine Befehle entstanden sind. Da fragt man sich natürlich, was hat das jetzt mit dem Florian Triangle zu tun? Wie kann dann so etwas existieren? Wir haben ja auch, ich sag mal, Mysterien in der Welt von One Piece, die jetzt noch nicht so einfach zu erklären sind, wie jetzt Aqua Laguna, nachdem wir die Sache im Lelusia-Königreich gesehen haben. Aber springen wir noch mal ein bisschen weiter zurück, auch vom Jahr Null hin in gehen. Und zwar, was gab es damals auf der Welt von One Piece? Gab es da die Red Line? Gab es ein Meer, den All Blue? Gab es damals überhaupt Inseln oder so weiter? Oder war halt vielleicht auch alles in Finsternis gehüllt? Die christliche Bibel beginnt ja auch damit, es wurde gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Und auf einmal war halt Licht da und alles hat dann angefangen zu florieren, was wahrscheinlich eine Anspielung an den Urknall ist. Oder gab es halt was anderes? Weil am Ende hatte man vielleicht wirklich einen Planeten, der in Finsternis war und im Grunde nur das Meer war. Und vielleicht gab es dann auch schon die Seekönige etc. pp. Und dann kam halt irgendwann ein Ereignis und vielleicht gab es da noch keine Menschen und dann ist halt vielleicht wirklich so etwas wie ein Licht entstanden, so wie der Sonngott Nika zum Beispiel. Du meinst aber vor dem Jahr Null jetzt, oder? Ja, ja. Weit vor dem Jahr Null. Genau, weit vor dem Jahr Null. Und wir haben ja auch diese ganzen Sonnensymbole in den verschiedenen alten Kulturen, die wir haben. Also auch die Himmelsbewohner haben da hier und da mal eine Sonne. Im Kozuki-Siegel ist es beispielsweise finden, auch auf Alabaster etc. Also das ist ja allgegenwärtig, die Sonne. Die Sonne ist ja das Symbol der Freiheit in One Piece. Und das Symbol, das wir oft sehen, oftmals ist es wirklich eine Sonne, aber das ist wirklich, du hast so ein Objekt in der Mitte, umgeben von acht Sphären oder sowas. Und dann hast du dann oft eine Sonne oder sowas. Das Kozuki-Symbol, wie du schon gesagt hast, die Alabaster-Flagge. Auch in Shandora finden wir das Symbol. Und es gibt noch andere Beispiele. Genau. Und gehen wir mal auf Haus. Vielleicht ist das vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, zu sagen, okay, da ist ein Planet, der besteht nur aus Wasser und ist Finsternis. Vielleicht war es auch einfach eine finstere Zeit in dem Sinne. Ja, wo vielleicht das Meer Imu als vielleicht noch personifizierte Meeresgottheit die ganzen Völker versklaven konnte. Auch die Menschen und so weiter. Und die haben sich dann irgendwann erträumt, wir wollen frei sein, wir brauchen jemanden und haben sich dann erträumt und gewünscht, dass dann so jemand auftaucht. Und zack, Sonn-Gott-Nika. Der dann aufkommt und dann halt das erste Mal, lange vor dem leeren Jahrhundert, lange vor Joy Boy, dieser Welt einfach den Glanz gibt. Weil es gab jetzt in der aktuellen One-Piece-Folge 1074 einen sehr interessanten Satz bei der Vorschau. Ich möchte nicht zu viel in diesen Satz hineininterpretieren oder den als Querverweis nutzen, weil wir reden hier vom Anime. Aber da wurde halt gesagt, Gear 5, und Gear 5 ist nun mal der Sonnengott Nika, versammelt die Wünsche der Menschen und er strahlt im neuen Glanz. Und vielleicht ist Nika tatsächlich das, also die Sammlung aller Wünsche. Und wir wissen ja inzwischen, wie Teufelsfrüchte angeblich laut Vegapunk entstehen. Durch Wünsche, durch Träume der Menschen. Und die haben sich dann halt einfach diesen Gott erträumt. Und da hatte dann die Meeresgottheit, die dann alles bisher kontrolliert hat, gesagt, nee, sowas darf es halt nicht geben. Ich muss da irgendwie entgegenwirken. Und ja, durch die Meerstein-Energie vielleicht, die ja auch Vegapunk aktuell nutzt, die wahrscheinlich auch das Meer ist in dem Sinne, die halt gegen die Teufelsfrüchte ankämpft. Weil es muss ja diese Sache sein. Das Meer ist natürlich, die Teufelsfrüchte sind unnatürlich entstanden. Die sind ein Fremdkörper in der Welt von One Piece. Und demnach wehrt sich halt das Meer dagegen. Da sind wir nämlich auch auf dem Punkt, warum heißen die eigentlich Teufelsfrüchte im Original Akuma no Mi? Warum heißen die nicht Eggelsfrüchte oder so etwas? Es gab ja viele Theorien vor vielen, vielen Jahren darüber, weil es muss ja immer das Gegenteil auch existieren. Sondern wir haben eine Sache, diese Teufelsfrüchte, die halt als etwas Böses dargestellt werden. Sie werden nicht als etwas Positives dargestellt, obwohl du ja diese Kraft dadurch bekommst und eigentlich dadurch ja in gewisser Weise auch stärker wirst, abgesehen davon, dass du halt nicht mehr schwimmen kannst. Und wir sehen es ja bei Blackbeard, und er steht ja auch so in gewisser Weise für die Finsternis. Deswegen könnte die Yummy-Yammi-No Mi hier auch noch mal relativ interessant werden. Ich denke, es ist ein bisschen so wie mit den Dees. Weißt du, die Dämonen, die Feinde der Götter. Das ist quasi die Weltregierung. Das sind die Feinde der Weltregierung. Die Weltregierung sagt, okay, das sind Teufel, das sind die Bösen. Das ist das Framing. Und wenn Imu gegen Teufelsfrüchte ist, also wenn zumindest Teufelsfrüchte verabscheut als Verkörperung des Meeres, dann würde es natürlich passen, dass Imu sagt, okay, das sind Teufelsfrüchte, also mit dem Wort Teufel assoziiert, und schlecht, negativ. Und sich dann auf der Gegenseite eben als Götter bezeichnet. Die Himmelsdrachen sind Götter und so. Ich denke, so könnte das erklärt werden. Und dann, warum die Teufelsfrüchte in sich geschlossen, warum dann zum Beispiel die Frucht von Raffi als eine Götterfrucht betitelt wird, weil es das eigentlich mal war. So weißt du, im eigentlichen Sinne war das mal die Frucht eines Gottes, der eben Freiheit bringt. So, ich denke mal, so könnte man das sagen. Worauf ich hinaus wollte, dass etwas einem Namen gegeben wurde, inklusive dem Wort Teufel, hatte man ja schon mal in der Welt von One Piece, und zwar die Forscher von Ohara, die als die Teufel von Ohara dann geframed wurden. Und vielleicht ist das sogar ein Foreshadowing von Ohara, dass dadurch natürlich auch der Name der Teufelsfrüchte entstanden ist. Man hat etwas als böse deklariert, genauso wie es die Weltregierung ja auch mit den antiken Waffen macht, davon mal abgesehen. Und des Weiteren, du hast dann schon recht, dann sind wir beim Clan der Die, und dann steht das Die dann vielleicht nicht für Dawn, sondern halt wirklich für etwas, was wir auch damals dachten, halt für Devil im Grunde. Ja, oder ob es dafür steht oder nicht, ist ja auch eigentlich nicht so wichtig, weil sie werden ja als Feinde der Himmelsdrachen bezeichnet, so als natürlicher Feind Gottes, was ja dann Dämonen sind. So allein in der Richtung haben wir schon, okay, die Dämonen. Es kann auch für Dawn stehen, aber im Endeffekt finden wir beides wieder. Ja, an der Stelle müssen wir halt natürlich überlegen, wie ist überhaupt das Die entstanden? Ja, ich glaube nicht, dass der Buchstabe Die immer im Namen dieser Person war, ist das entstanden dadurch, dass man gesagt hat, okay, wir sind Mitglieder der damaligen Kultur des antiken Königreichs und wir geben uns dieses Die im Namen, um uns halt auch in Jahrhunderten noch irgendwie wiederzufinden. Und Imo hat das ja selbst gesagt, die wissen ja gar nicht mehr, was dieser Name bedeutet irgendwann. Aber er scheint das ja zu wissen. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass man halt quasi diese Bewohner des antiken Königreichs, die Kultur davon, dass man sie halt ebenfalls geframed hat mit diesem Die im Namen. Und man hat halt sich dazu entschieden, denen halt nicht den vollwertigen Namen Teufel oder beziehungsweise halt Devil im Englischen zu geben, damit die halt auch irgendwann vergessen, was sie halt einmal waren. Ja, also auch da könnte man etwas finden. Ich glaube, war es nicht auch bei Nico Robin, man hat es ja auch Teufelskind dann genannt. Also auch da war ja das Framing durch die Teufel von O'Hara dann übernommen worden. Aber man hat ja dann später auch die Dees quasi wieder so ein bisschen aufgenommen. Ja, so Monkey, die Gab oder Jaguar, die Saul, die waren ja dann später dann auch Teil der Marine. Oder sind es immer noch. Und dürfen ja dann quasi mit der Weltregierung arbeiten, auch wenn die halt jetzt nicht streng genommen für die Weltregierung arbeiten, sondern eher halt nur für die Marine und der Weltregierung dann auch ein bisschen negativ eher auch gegenüberstehen, was vielleicht auch einfach an diesem standardmäßigen Fakt liegt, dass man halt eben vom Clan der Die ist. Kommen wir aber nochmal auf diese Finsternis-Geschichte zu tun. Wir haben ja die Finsternis. Es gibt viele Theorien darüber, dass Blackbeard jetzt der Mondgott ist, weil er die Yamiaminomi gegessen hat. Wir reden immer darüber, weil uns das ja auch so erklärt wurde von Vegapunk, dass die Teufelsfrüchte etwas Unnatürliches ist. Aber dennoch haben wir viele Teufelsfrüchte, die ja quasi Naturgewalten sind. Das Feuer, das Licht, die Finsternis, das Eis oder halt Gefriere, Magma etc. Also die Logier-Teufelsfrüchte natürlich sind hier gemeint. Wie kommt das halt wieder mit hinein? Und da haben wir ja auch einen interessanten Satz von Adamaki, der ja selbst gesagt hat, er ist ja auch quasi die Mutter Natur, denn der Wald ist genauso stark wie das Meer, wenn es darum geht, wo das Leben entsteht. Und das würde ja dem widersprechen, dass sie etwas Unnatürliches sind. Wie siehst du das? Naja, Aramaki erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Die Sache ist, ich denke, sie sind halt insofern unnatürlich, wie sie entstanden sind. Also beziehungsweise das Meer betrachtet sie eben als unnatürlich, weil es sagt, okay, so sollte es eigentlich nicht sein und das reicht ja eigentlich. Es muss ja, vielleicht ist es ganz normal, vielleicht ist es ganz normal auf irgendeine wissenschaftliche Art und Weise entstanden, die genauso unnatürlich oder natürlich, wie auch immer du es betrachten willst, ist wie zum Beispiel die Erschaffung der Seraphim. Aber wenn das Meer sagt, okay, es ist unnatürlich, dann kann das auch eine unlogische Begründung sein, weißt du? Es kann eine komplett subjektive Empfindung sein, die dafür sorgt, okay, nee, es ist unnatürlich. Das ist so, weißt du, in diese Richtung könnte es gehen. Vielleicht gibt es auch einen anderen Grund dafür, aber ich denke, das könnte auf jeden Fall der Grund dafür sein. Das kommt mich zu einer zweiten Überlegung, die ich hatte und die nächste Frage, die ich dir stellen werde. Und zwar, glaubst du, dass alle Teufelsfrüchte gleich sind? Also, dass sie im Grunde dasselbe sind. Also, du isst die Teufelsfrucht, du bekommst die Kraft der Teufelsfrucht, wenn du stirbst, verschwindet die Teufelsfrucht wieder und du kannst halt nicht mehr schwimmen. Oder glaubst du, es könnte eine Teufelsfrucht existieren, die anders ist? Im Grunde glaube ich, dass alle Teufelsfrüchte gewisse Eigenschaften haben, die sie sich teilen, würde ich schon so sagen. Und dass dann diese Unterteilung zwischen Logia, Soan und Paramesia, das sind natürlich Unterschiede, keine Frage, aber dass die dann eher später erschaffen wurden von Leuten, die sich mit den Teufelsfrüchten befasst haben. Ich meine, die Frucht von Ruffy zum Beispiel, sie hat Paramesia und Soan Eigenschaften. Das ist einfach so. Trotzdem ist man hingegangen und hat gesagt, okay, das ist eine Paramesia, das stimmt zwar eigentlich nicht, aber es ist jetzt einfach eine Paramesia und wir haben es geglaubt, weil es passt schon ganz gut. Deshalb, ja, ich denke, im Grunde haben sie gewisse Eigenschaften, die sie sich alle teilen, aber es gibt durchaus Unterschiede. Das schon. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob wir da ganz locker sagen können, sie hat Paramesia-Eigenschaften, nur weil Nika einen Gummikörper hat. Das ist halt einfach der standardmäßige, Nika ist halt jemand, der einen Gummikörper hat. Wenn du ein Mensch bist, hast du halt einen Menschkörper oder halt, wenn du ein Tier bist, halt einen Tierkörper. Ja, das stimmt schon, aber es wirkt so. Aber es wirkt so wie eine Paramesia-Frucht. Es wirkt so, aber da sind wir ja auch bei einem Beispiel. Diese Teufelsfrucht ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so ganz normal und springt ja so ein bisschen aus der Reihe in dem Sinne, dass du ja nicht sofort Nika bist, wenn du die isst. Du musst ja völlig im Einklang mit Nika sein, weshalb es ja bisher nur Joyboy und Ruffy gelungen ist, diese überhaupt in diese Form zu bekommen, damit man sagen kann, okay, das ist jetzt eigentlich keine Paramesia mehr, sondern halt eben eine Sorne. Ja, und das hast du bei keiner anderen Teufelsfrucht. Bei keiner anderen Teufelsfrucht musst du erst irgendetwas freischalten oder sowas. Klar, du trainierst die Teufelsfrucht, du hast mehr Möglichkeiten. Wir sehen es auch bei Chopper mit den ganzen Formen. Man wird stärker und so weiter, aber bei speziell der Gomu Gomu-Mi oder halt Hito-Hito-Nu-Mi, mythisches Modell Nika, hast du halt eben quasi diese Sache, die du erst freischalten musst, die halt irgendwie gesperrt ist und das hast du halt bei keiner anderen Teufelsfrucht, wo dann nochmal was ganz anderes herauskommt. Und worauf ich halt hinaus wollte, dass das vielleicht eine Teufelsfrucht gar keine Teufelsfrucht ist, da sind wir wieder bei Blackbeet und der Finsternisfrucht. Weil ich hab... Das ist ein bisschen wild spekuliert, Leute. Ihr müsst das auch nicht ganz ernst nehmen, was ich jetzt hier sagen werde, aber was ist, wenn die Yummy-Yaminomi eigentlich gar keine Teufelsfrucht ist? Und dass der Grund ist, warum Blackbeet eine weitere Teufelsfrucht essen kann, weil er ja vorher gar keine Teufelsfrucht gegessen hat. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, das ist interessant. Interessanter Blickwinkel auf jeden Fall. Weil wir haben ja diesen ganzen Gegensatz von Ruffy und Blackbeard. Das beste Beispiel ist ja das Treffen in Mocktown auf Jaya, wo Ruffy das erste Mal das Essen nicht geschmeckt hat, aber Blackbeard halt am Kirschtorten-Essen richtig reingehauen hat und ihm hat dann das Bier nicht geschmeckt, was Ruffy geschmeckt hat. Sie würden halt komplett als Gegensätze angemacht. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Gegensatz zu Yummy-Yaminomi ist die Pika-Pika-Nomi, die Funkelfrucht von Kizaru, aber am Ende ist es dann vielleicht eher Ruffy, der halt das Licht symbolisiert oder die Sonne symbolisiert, die die Finsternis vertreibt. Vielleicht ist das dann auch halt der Punkt, wo dann die Yummy-Yaminomi halt etwas outstanding ist, weil die Yummy-Yaminomi noch eine weitere Fähigkeit hat. Deswegen habe ich mir da auch mehr Gedanken darüber gemacht, als zu sagen, ja, come on, das hat überhaupt keinen Sinn. Nämlich, sie hat die Fähigkeit, andere Teufelsfrüchte zu deaktivieren. Und das hat auch eben keine andere Teufelsfrucht. Und was deaktiviert? Naja, gut, nicht wirklich deaktiviert die Teufelsfrüchte, aber schwächt Teufelsfruchtnutzer ja das Meer. Und vielleicht ist tatsächlich die Yummy-Yaminomi etwas, was das Meer erschaffen hat, um gegen andere Teufelsfrüchte sich zur Wehr zu setzen. Also, was ich dahingehend auf jeden Fall interessant finde, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass ich davon ausgehe, dass Imu keine Teufelsfrucht hat. Weil, wenn Imu eine Teufelsfrucht hat, dann wäre das auf jeden Fall komisch, damit, dass Imu den Willen des Meeres verkörpert. Und wir haben Blackbeard und Imu, beziehungsweise die Weltregierung, aber Imu repräsentiert die Weltregierung. Und beide sind auf gewissen Ebenen die Antithese zu Ruffy. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben bei Ruffy und Blackbeard, wie du schon gesagt hast, diese Szene in der Bar, wo sie sich getroffen haben. Und bei Ruffy und Imu, beziehungsweise der Weltregierung, haben wir Freiheit gegen Sklaverei zum Beispiel, um das zu nennen. Und wie ich das immer gesehen habe, ist, wir haben Blackbeard, der eine Teufelsfrucht hat, die in der Lage ist, andere Teufelsfrüchte zu annullieren. Und dann haben wir Imu, eventuell die Steigerung, wenn man davon ausgeht, dass Imu wirklich der letzte Antagonist ist, der keine Teufelsfrucht hat, sondern eben irgendwie Fähigkeiten, die mit dem Meer zusammenhängen. Und dass Imu deshalb quasi sogar noch Blackbeard übertrifft, weil Imu eine Fähigkeit hat, die auch Blackbeard auskontern kann und so weiter und so fort, weil Imu eben Fähigkeiten hat, die mit dem Meer zusammenhängen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es diese Quelle von dieser Fähigkeit, die Imu hat, vielleicht gibt es da noch mehr. Vielleicht haben auch die Fünf Waisen irgendwelche Fähigkeiten, die damit zusammenhängen. Und wer weiß, vielleicht gibt es da noch eine Frucht mehr oder was auch immer, wo auch immer diese Fähigkeiten herkommen. Und die hat Blackbeard gegessen. Gut, im Fall von Blackbeard wäre es auch eine Frucht. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedanke. Aber halt auch wild spekuliert. Ich möchte das noch festhalten, dass dann wieder die Kommentare kommen, was erzählt der da. Also wir sind hier zum Spekulieren. Wir gehen ein paar Gedankengänge durch und hören uns dann auch die gegenseitigen Meinungen an. Und ihr könnt natürlich gerne auch eure Meinung dann zu diesen Gedankengängen in die Kommentare schreiben. Und wenn es für euch Schwachsinn ist, dann schreibt auch, dass es Schwachsinn ist. Aber ich bin mir selbst im Klaren, dass das nicht so ganz ausgereift ist. Aber es gibt so ein paar Dinge, die halt dafür sprechen. Und es gibt ja so viele Theorien und hier Mondgott. Und für mich ist das alles ein bisschen zu einfach, weil da gar kein Anhaltspunkt ist. Und vielleicht ist es der Mondgott. Und dadurch entstehen diese Fähigkeiten, andere Teufelsfrüchte zu deaktivieren und halt natürlich weitere Teufelsfrüchte aufzunehmen. Also bei Blackbeard, und ich sehe die Mondgottfrucht bei Blackbeard wirklich überhaupt nicht. Also vielleicht habe ich noch nicht die Theorie gehört, die mich dahingehend abholt. Aber ich fühle das irgendwie nicht so diese Theorie, weil warum sollte der Mond das Gegenteil von der Sonne sein? Vor allem, weil der Mond immer als ein Symbol der Hoffnung in One Piece benutzt wird. So mäßig während der Abwesenheit der Sonne haben wir den Mond. So in diese Richtung. Und dann haben wir auch ein paar Hinweise darauf, dass Momonuske gewisse Verbindungen zum Mond hat. Also warum Blackbeard? Wenn, dann würde ich Blackbeard sagen, sowas wie halt ein schwarzes Loch oder sowas auch passen würde, wenn wir, ja, so himmlische Verbindungen haben. Ruffy, die Sonne, die Planeten, die Fünf Weisen, die antiken Waffen, Imo eventuell, natürlich den Mond, aber der Mond vielleicht Momonuske. Momonuske hat ja ähnliche Fähigkeiten wie Poseidon, also vielleicht passt das. Und dann halt Blackbeard, so ein schwarzes Loch. Aber das ist mehr so die Richtung, wo ich da gehen würde, wenn wir darüber reden. Aber ja, ich sag's nochmal. Ich finde den Gedankengang auf jeden Fall interessant, dass Blackbeard, dass es eventuell keine Teufelsfrucht ist. Ich glaube zwar eher, dass es eine Teufelsfrucht ist, aber es ist auf jeden Fall, was über das man mal nachdenken kann und wo man sich auch mal mehr Gedanken zu machen kann und sich vielleicht auch Blackbeard mit diesem Hintergedanken nochmal anguckt und schaut, okay, was hat er eigentlich gemacht? Wie funktionieren seine Fähigkeiten wirklich? Und das alles eben mit diesem Hintergedanken betrachtet. Auf jeden Fall sehr interessant. Naja, hat zumindest noch nicht im Wasser gelegen, soweit ich mich da erinnern kann. Und selbst wenn könnte man das über die Gura Gura no Mi erklären. Das ist halt das Thema. Ja, aber auch der Mond ist ja eine sehr interessante Sache, wenn wir das halt mit Mutter Natur, also dem Meer verbinden. Denn im Gegensatz zur Sonne, die Ruffy repräsentiert, hat der Mond ja einen gewissen Einfluss. Zumindest in unserer Welt bestimmt er ja die Gezeiten, Ebbe und Flut. Ja. Also hat er ja einen gewissen Einfluss auf das Meer. In unserer Welt ist das in der Welt von One Piece auch so. Und das klingt jetzt irgendwie banal, aber geben sich Meer und Mond hier die Hände und arbeiten zusammen, das wäre ja auch wieder mal so eine Thematik. Aber klar, am Ende muss man halt gucken, wie sind die Teufelsfrüchte dann am Ende entstanden. Und vielleicht gibt es da auch andere Gründe bei Blackbeard, warum er zwei Teufelsfrüchte haben kann. Vielleicht ist die die Yummy Yummy No Mi einfach so drauf bedacht, dass die nicht Teufelsfrüchte deaktiviert, sondern übernimmt. Und damit hat er keine zweite Teufelsfrucht gegessen, sondern er hat quasi einfach nur die Kräfte in sich aufgenommen und kann die halt wieder abgeben. ähnlich wie halt ein Dial, die wir ja auch haben. Ja, nur halt in einer viel besseren Version. Und da könnte man dann auch vielleicht drüber streiten, ob die Diale durch die Finsternisfrucht entstanden sind, etwas aufzunehmen, etwas abzugeben. Und es heißt ja auch, und das hat ja Blackbeard auch selbst erklärt, die Finsternis zieht alles an. Und vielleicht zieht es halt nicht nur allen Schaden an, sondern halt eben auch alle Teufelskräfte. Und das ist halt dann der Grund, warum das Gegenüber, wenn es halt von Blackbeard berührt wird, keine Teufelskräfte mehr einsetzen kann, weil in dem Moment halt die von der Finsternis zu Blackbeard gezogen werden. Ja. Ja. Also auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber wir wollen natürlich noch herausfinden, wo ist der Ursprung der Teufelsfrüchte? Gab es den Baum der Teufelsfrüchte? Oder haben die Forscher vom Mond den mitgebracht? Ist es der Adamsbaum auf Elbaf? Wir gehen mal stark davon aus. Oder hingen die auch am Schatzbaum Eva, der ja im Grunde auch nur dafür sorgt, dass das Sonnenlicht nach unten geleitet wird, tief ins Meer zu den Fischmenschen, damit auch die einen hellen Ort haben zum Leben. Und ich glaube, die Blasen entstehen auch dadurch auf dem Sabaudi-Archipel. Oder gab es da nochmal einen dritten Baum? Man weiß es ja nicht. Ja, also klar, man denkt so an Adam und Eva. Und da sind wir ja auch bei der Entstehungsgeschichte im christlichen Glauben. Ja, das waren die ersten Menschen und da gab es auch einen Baum. Und eine Schlange. Und eine Schlange. Und dann gab es da halt auch Früchte, die man halt eigentlich nicht essen darf. Und da sind wir ja im Grunde im Bereich One Piece. Ja, wir haben einen Baum, wo Früchte wachsen, die man nicht essen sollte, weil dann ist das Meer sauer auf einen. In dem Sinne war es ja dann im Paradies Gott, der sauer war und sie dann verbannt hat. Und in dem Sinne hast du ja dann auch das Konzept, dass das Meer quasi den Teufelsfruchtnutzer verbannt. Nämlich aus dem Meer. Das kann kein Zufall sein. Also ich denke auch, dass Oder da sich auf jeden Fall hat inspirieren lassen. Natürlich nicht eins zu eins. Oder immer wenn Oder sich solche Mythologien oder Religionen oder sowas nimmt, dann geht er immer hin und baut seinen eigenen Twist ein. Deshalb glaube ich ja zum Beispiel auch, dass schon eine Schlange involviert sein wird. Aber diese Schlange hat dann eben in diesem Fall nicht die Leute dazu verführt, die Teufelsfrüchte zu essen, sondern, ja, wer weiß, führt eben den Willen des Meeres aus, der dann eben diese Leute verbannt. So, in diese Ecke, denke ich. Könnte der Twist vielleicht gehen. Aber dass es da gewisse Parallelen gibt, ich denke, da müssen wir nicht drüber streiten. Das ist so. Jetzt eine weitere Frage, weil bei mir gerade die Idee kommt und deswegen machen wir ja solche Podcasts, dass da Ideen kommen. Und da gehe ich auch so ein bisschen mit, mit deiner Idee, dass die Teufelsfrüchte quasi mitgebracht worden sind vom Mond. Und wir müssen da natürlich auch ein bisschen abwägen, gell? Also, Imu, da ist auch noch nicht so viel bestätigt. Also, diese ganzen Annahmen, er ist die Verkörperung des Meeres, er lebt schon ewig und drei Tage, ist ja alles Spekulation. Was wäre, wenn nicht die Teufelsfrüchte mitgebracht worden sind vom Mond, sondern die Schatzbäume? Weil ich meine, es gibt nur zwei. Die sind vielleicht nicht natürlich entstanden und die Himmelsbewohner haben die dann irgendwann gepflanzt, als sie kamen. Ich weiß nicht, weiß man, wie alt die sind? Wir wissen, es gab den Baum der Weisheit, aber der Baum der Weisheit... Der ist 5000 Jahre alt. Ja, der ist 5000 Jahre alt, aber der war jetzt im Grunde nichts Besonderes. Oder sehe ich das falsch? Also, mal abgesehen, dass... Nee, aber ich denke, aber deshalb denke ich, dass diese Bäume älter sein werden. Ja? Weil, schau mal, wie gigantisch die sind. Also, natürlich, vielleicht haben die mit irgendeiner Technik gearbeitet und diese Bäume super schnell wachsen lassen, aber... Ja, vielleicht wachsen die auch einfach super schnell, weil das halt... Besondere Bäume sind. Besondere Bäume sind. Und jetzt muss man halt auch wieder ein bisschen weiterdenken. Diese Bäume waren auf dem Mond, wo es nicht viele Rohstoffe gab und auf einmal kommen die auf die Welt, wo es halt Nährstoffe wie Blöde gibt, ja, um das halt mal gelinde auszudrücken und deswegen die halt deutlich höher gewachsen sind, als sie das normalerweise tun würden und auch in einer rasanteren Geschwindigkeit. Und das ist jetzt schon so lange her, dass die Leute sich gar nicht mehr wundern. Und dadurch sind die Teufelsfrüchte auf dieser Welt entstanden. Vielleicht sind die an beiden Bäumen gewachsen und sind dann irgendwann runtergefallen. Irgendeiner hat sie gegessen und dann sind sie in andere Früchte, weil da keine Früchte mehr irgendwann gewachsen sind oder ähnliches. Also, was ich mir halt vorstellen könnte, wenn es auf den Monden irgendwie erschaffen wurde oder so, dass es dann so war, dass diese Mondbewohner quasi die Technologie schon entwickelt hatten, aber dann das Sonnenlicht brauchten. Weil wir haben ja gesehen, Caesar-Clown brauchte Sonnenlicht für die Smiles. Und dann würde es halt passen, dass sie auf die Erde geguckt haben und sich dachten, okay, da gibt es so einen riesigen Baum, der hat ganz viel Sonnenlicht gespeichert. Wir nutzen einfach den. Und so wurden die dann auch mit der Erde so involviert. Und daraufhin hat die Erde dann reagiert und quasi diese Technologie zerstört, weil die Himmelsmenschen quasi mit der Erde interagiert haben und quasi auf die Ressourcen der Erde zugreifen wollten. Und so haben sie dann den Wut der Erde geweckt. Irgendwie in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es geht. Aber das würde dann eben heißen, dass die Bäume vorher schon da waren. Ja, das ist halt tatsächlich ähnlich wie bei den Smiles, wo man halt sagt, okay, wir brauchen einen Wirt, wo wir unsere Teufelsfrüchte züchten können. Und das werden wir dann halt auch tun. Ja, quasi wir haben das Mittel, ja, das, wie hieß es, war es ZAD oder S-A-D? S-A-D. Genau, was Caesar-Crown hergestellt hat. Und damit wurden ja die Bäume besprüht, wenn ich mich erinnern kann. Und dann sind da die Teufelsfrüchte befallen. Oder haben die die Früchte direkt besprüht? Boah, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Das müsste ich nachgucken. Ich glaube nicht, dass sie direkt besprüht wurden, weil da sind ja nicht alle ganz richtig gewachsen. Also da waren ja nur jede Fünfte oder sowas, die da was getaugt hat. Und selbst dann war das noch ein Glücksspiel. Und vielleicht hatten die Himmelsbewohner, weil es wurde ja auch immer wieder darüber berichtet, es gab nicht mehr Ressourcen oder so etwas, dass sie dann halt runtergegangen sind, um halt auch eben diese Teufelsfrüchte dann da zu züchten. Genau. Und ein anderer Grund, was gut dazu oder eine andere Sache, die gut dazu passen würde, ist, wir kennen den einen Mond. Und wir wissen, dieser eine Mond, da sind irgendwann die Ressourcen ausgegangen. Und vor diesem Hintergedanken wäre es doch interessant, dass sie sich dachten damals, okay, wir müssen diese Teufelsfrüchte erschaffen, damit wir Ressourcen damit herstellen können. Und das hat überhaupt erst dazu geführt, dass sie aktiv nach dieser Technologie geforscht haben und dass sie die dann quasi irgendwann erschaffen haben. Und by the way, eine andere Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was so dazu passen könnte, dass Imu und damit dann auch gewissermaßen so zumindest die obersten der Weltregierung, die Himmelsdrachen und so, Teufelsfrüchte eventuell verabscheuen, ist, dass wir wissen, dass die Himmelsdrachen Teufelsfrüchte an ihre Sklaven verfüttern. So, als ob es das Schlimmste auf der Welt wäre. Also keine Frage. Es ist wahrscheinlich nicht die schönste Sache, wenn dich irgendjemand zwingt, so eine Frucht zu essen und wenn du dann die Fähigkeit zu schwimmen verlierst. Und eine noch weniger schöne Sache ist es, wenn sie dich zwingt, zwei dieser Früchte zu essen, weil was dann passiert, ist nicht so schön. Aber wir wissen halt im Fall von Boa Hancock und ihren beiden Schwestern, dass sie eine Frucht bekommen haben. Und ja, wie gesagt, das ist nicht unbedingt die schönste Sache, aber im Endeffekt sind diese Früchte verdammt viel Geld wert und viele Leute würden viel dafür bezahlen, um an diese Früchte zu kommen. Und das wirkt auf mich so ein bisschen so, als würden die Himmelsdrachen sagen, Teufelsfrüchte sind nicht so nice, deshalb verfüttern sie die an ihre Sklaven, als ob es so das Schlimmste auf der Welt wäre. Weil genau das tun sie ja eigentlich mit ihren Sklaven. Vielleicht ist aber auch der Fakt, das ist ja auch eine Theorie, auf die ich ja auch schon mal gebaut habe, dass die Tenryu Bitu ja gar keine Teufelsfruchtnutzer haben. Okay, wir haben die Gorosei jetzt, wir haben Imusama, das könnten Teufelsfrüchte sein, sind es höchstwahrscheinlich auch. Wir haben Doflamingo und Corazon, die, als sie die Teufelsfrüchte bekommen haben, streng genommen keine Tenryu Bitu mehr waren. Wir wissen das, dass aus Spaß, so wurde es ja erklärt, Teufelsfrüchte an ihre Sklaven verfüttert wurden. Wir kennen die Boa-Schwestern, die überraschenderweise drei Schlangenfrüchte bekommen haben. Jetzt werdet ihr sagen, wieso drei Schlangenfrüchte, was ist mit der Melomelonomie? Ganz einfach, das Ganze basiert ja so ein bisschen auch auf die Medusa, die eine Schlange ist. Ja, dieser Versteinerungsblick. Also könnte man da die Verbindung knüpfen, das auch in gewisser Weise mit einer Schlange in Verbindung zu bringen. Da könnte man halt wieder auch suggerieren, dass die Weltregierung diese Teufelsfrüchte auch wirklich verabscheut, beziehungsweise auch als das Böse deklariert. Ja, und die Schlange ist ja auch dann die Symbolik, die halt dann auch die Teufelsfrüchte repräsentiert, weil die Schlange ja die Frucht anbietet. Ja, quasi hier nimmt die Frucht. Garten Eden-Geschichte. Also, da könnte man eventuell auch eine Verbindung knüpfen. Würde ich sagen. Aber am Ende bekommen wir dann irgendwann die Information, hier, die Gorosei haben die und die Teufelsfrucht und dann ist das Ganze natürlich vom Tisch. Und wir sind im Erkett Island Ark, also klar, Saturn, der hält sich stark zurück, aber ich hab immer noch so ein Fünkchen Hoffnung, dass wir zumindest seinen Teufelsfrucht sehen. Ich meine, natürlich kann es sein, dass die fünf Weisen Teufelsfrüchte haben und dass Imo eine Teufelsfrucht hat. Das ist natürlich möglich, so keine Frage. Es kann auch sein, dass die fünf Weisen Teufelsfrüchte haben und Imo hat keine Teufelsfrucht. Aber ich denke mal, wenn, wenn, dann haben sie es alle, aber vielleicht auch nicht. Wer weiß, die Sache ist, aktuell wissen wir es nicht. Und von den Dingen, die wir gesehen haben, wirkt es auf mich zumindest so, als würden die Himmelstrachen Teufelsfrüchte verabscheuen. Und gerade diese Beispiele, die du genannt hast, mit Corazon und Doflamingo, das passt eigentlich auch ziemlich gut dazu, weil beide auf ihre eigene Art und Weise, die sind wirklich in komplett andere Richtungen gegangen, aber so die aktuelle Weltregierung schon verabscheut haben, so wie sie ist. Corazon hat eben, hat einem Die geholfen und ja, was Doflamingo wollte, das wissen wir. Deshalb, auch das spricht für mich eher dafür, dass die Himmelstrachen Teufelsfrüchte verabscheuen und dass sie gerade dann Teufelsfrüchte gegessen haben. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, ist halt die Heuschelei. Dass man halt die ganzen Tenryu B2 auch in gewisser Weise indoktriniert und denen sagt, Teufelsfrüchte sind böse, ja, also das ist etwas, was willst du nicht haben und so weiter. Die Gorosei tun es aber halt selbst und sagen, wir holen uns diese krassen Teufelsfrüchte, weil wir müssen ja stark sein und so weiter. Und Imo hat eventuell auch eine, weil am Ende, klar, wir können darüber diskutieren, das ist etwas ganz Besonderes und am Ende ist es halt die einfachste Erklärung, wie so oft in One Piece es sind Teufelsfrüchte. Aber nach außen, und wir wissen ja nicht, ob die Tenryu B2 wissen, dass die Gorosei Teufelsfrüchte haben, ob die Marine weiß, ob die Teufelsfrüchte haben. Im Grunde weiß es vielleicht im besten Fall halt nur Savo aktuell und Wapol, der alles mitgekriegt hat. Aber halt die Tenryu B2 nicht. Und nach außen wird dann kommuniziert, ja, aber hier, Teufelsfrüchte sind böse, das dürft ihr nicht essen und so weiter. Ja, das könnt ihr euren Sklaven geben, um die zu bestrafen oder so etwas. Weil die Heuchelei ist ja im Grunde auch vorhanden mit der ganzen, ja, wie sie die Weltregierung, wir machen die Riverie und alle sind gleichberechtigt und im Grunde gibt es dann doch jemanden, der auf dem leeren Thron sitzt. Die Sache mit der Sklaverei ist auch wieder dann so ein Thema. Ja gut, aber da lügen sie, da lügen sie dann ja nicht die Himmelstrachen, sondern die, äh, den Rest der Welt an. Ich meine, wir wissen nicht genau, ob die Himmelstrachen wissen, dass Imo auf dem Thron sitzt, aber ich denke mal, ich denke mal, also die Fünf Weisen natürlich, vielleicht auch die Heiligen Ritter und so, die anderen Himmelstrachen eventuell auch. Andererseits, ob sich bei denen nicht einer zu schnell verspricht. Ja, aber da sind wir doch am Punkt. Wir haben ja einen Querdenker gehabt, der hingerichtet wurde mit, äh, San Miosgat. Ja. Die anderen laufen ja genauso, wie quasi die Gorosei oder Imo-sama das will, ja, schön, äh, als, ja, ihr seid die Götter und ihr dürft tun lassen, was ihr wollt und ihr macht das so, wie ihr wollt, alles klar. Ihr seid quasi das Feindbild für viele Leute und, äh, quasi die Gallionsfigur, wie auch bei der Crosskill Buggy im Grunde dafür verwendet wird von Mihawk und, und Crocodile. Aber im, im Hintergrund machen wir unsere ganz eigenen Pläne und das merkt man doch eigentlich auch schon, dass diese Gorosei, man kann halten, was man will von denen, aber die sehen kompetent aus. Die Sache ist, die, 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 ja, die sehen kompetent aus und, äh, das bringt mich zu einem anderen Punkt, ähm, hier, Figaland Garling sieht auch kompetent, also der wirkt auch kompetent, aber der, der glaubt zugleich an diese komplette Himmelsdrachen, äh, Propaganda, an die Sachen, die man denen erzählt. Also zumindest wirkt es so in diesem einen Panel, was wir gesehen haben. Ja, aber der ist für mich, äh, aktuell so etwas wie so ein Zwischending zwischen Tenryu Bito und Gorosei. Ja. Also so quasi Imusama, Gorosei, Figaland Familie und dann der drunter. Oder sagen wir statt Figaland Familie die Holy Nights. Und die anderen, Tenryu Bito, du hast, ich brauche euch das nicht erzählen, Leute, ihr habt sie alle gesehen, oder? Da haben wir San Carlos hier, sein Vater ist auch nicht besser und, äh, ich meine, selbst Sant Miosgaard war genauso drauf, bis der halt mal quer gedacht hat, weil er gesehen hat, dass es ja auch, äh, anders da funktioniert. Und, sie haben ihn ja auch deswegen hinrichtet, der Grund, ihn hingerichtet zu waren, war ja, weil er sich für Fischmenschen eingesetzt hat, die halt, äh, eine niedere Rasse sind, halt einfach. Weiterhin. Und nicht, weil er San Carlos einige, äh, mit einem, äh, mit einem Baseballschläger angezogen hat. Es war, glaube ich, kein Baseballschläger, aber so eine Keule halt, ähm, das war ja nicht der Hauptgrund, scheinbar, sondern, dass er sich für die Fischmenschen eingesetzt hat. Also, ist es ja scheinbar schon in gewisser Weise eine Art Doktrin, die den Tenryu Bitu aufgelegt wird, auch wenn das natürlich banal klingt, weil die eigentlich ein richtig cooles Leben haben, aber am Ende haben sie ja im Grunde ja auch gar nichts zu sagen. Die dürfen halt ihren, ihren Kram machen, aber entscheiden tun die ja nichts. die Himmelsdrachen sind halt, machen halt das, was Imo will und was die Fünf Weisen wollen. Aber auch bei den Fünf Weisen haben wir, ähm, schon gesehen, dass sie teilweise so denken. Also bei, ähm, äh, bei Saturn letztens, da hatte der eine Aussage wie, dass die Menschen nicht mehr wert seien als Insekten und so. Auch da, das geht auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Natürlich, die können normal denken und so, aber die haben auch schon diese Tendenzen. Das ist schon da. Ja, ja, klar sind diese Tendenzen da. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, sehen sie die Tenryu Bitu als mehr als das? Oder sind die halt im Grunde die ersten, die geopfert werden, wenn es halt nötig ist? Weil im Grunde hast du diese Abstufung von, äh, Tenryu Bitu zu, ähm, Gorosei ähnlich wie die Gorosei zu Imusama. Ja, die haben ihre eigenen Gedanken so, hey, ähm, da sind viele Leute, die, die sterben dann, und Imu sagt, so und so ist es und dann, ja, natürlich, alles klar, Imu, genau so machen wir das. So haben sie ja darauf reagiert. Also sie widersprechen ja Imu in keinster Weise. Egal, was er sagt, sein Wort ist Gesetz. Ja, auf jeden Fall. Wie halt wirklich halt ein Gott in dem Sinne. Und vielleicht ist es dann tatsächlich, äh, nicht, nicht, äh, Blackbeard der Mondgott oder Imu ist dann am Ende der Mondgott. Das kann ja auch sein, weil vielleicht ist Imu ja auch tatsächlich auch vom, vom Mond gekommen und war Skypianer. Oder... Ja, das will ich nicht ausschließen. Also das kann schon sein. Aber wie gesagt, ich bin irgendwie nicht so davon überzeugt, dass Blackbeard oder Imu der Mondgott, äh, sind, weil der Mond halt schon so ein bisschen als Hoffnung der Symbol, äh, man merkt, man merkt, dass wir schon lange, lange aufnehmen, als Symbol der Hoffnung, ähm, dargestellt wird in One Piece. Natürlich, er hat gewissen Einfluss auf das Meer, das stimmt schon, aber, ähm, ja, davon abgesehen ist er eben dieses, äh, Symbol der Hoffnung. Aber hat Toki nicht gesagt, äh, war das in Bezug auf, äh, Orochi, dass der Mond, äh, nichts vom, vom Sonnenaufgang weiß? Ja, also ist der Mond ja in gewisser Weise auch nicht das, was man anstrebt. Vielleicht ist es das, äh, Symbol der Hoffnung, ich will das gar nicht, äh, schlechtreden oder so etwas, ähm, aber es geht ja alles darauf hinaus, dass der Dorn kommt, derjenige, der den Dorn bringt und dann ist der Mond ja weg quasi. Die Sache ist, schau mal, zum Beispiel Kosuki, Mond, die ganzen, die ganzen großen Familien, äh, auf, ähm, Wano haben Mond im Namen, äh, die ja extrem eng mit dem antiken Königreich verbunden sind, und außer die von Orochi, ähm, und insofern steht der Mond auch eigentlich auf unserer Seite. Und wenn ich die, diese Prophezeiung, äh, von, ähm, richtig im Kopf hab, dann war mit Mond mehr Momonusuke gemeint. Und es war nicht so, dass der Mond das Böse ist, sondern so der Mond, der sich der Morgen, der Morgen nicht bewusst ist, dass es halt Momonusuke ist, der daran glauben muss. So mäßig hatte ich das interpretiert, aber das ist ja auch dazu da. Ja, also das hat ja einen gewissen Interpretationsspielraum, diese Prophezeiung. Ja, ja, definitiv. Also wie, wie jede Prophezeiung halt, genauso wie Ruffy, der die Fischmenscheninsel, äh, zerstören wird, äh, ist ja genauso Auslegungssache, wie es dann am Ende passieren wird. Also wahrscheinlich wird das nicht einfach kaputt hauen. Na gut, äh, wir reden von Ruffy. Vielleicht haut das doch irgendwie einfach kaputt. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Ähm, Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und auch wenn wir jetzt vielleicht eine, ähm, Feigenblatt-Antwort bekommen haben von Vegapunk, wo wir so ein bisschen die Teufelsrüchte thematisieren können, ist halt bei weitem noch nicht alles über die Teufelsrüchte, ähm, erzählt worden, die, die Oda vielleicht noch erzählen kann, wird, ähm, und vielleicht erfahren wir auch im nächsten Arc Elbaf, wir haben ja auch schon einen Podcast darüber gemacht, hört da gerne mal rein, ähm, was es mehr mit den Teufelsrüchten auf sich hat, weil ich kann mir gut vorstellen, wir werden mehr vom Schatzbaum Adam erfahren, weil 99% ist das das Ding, was auf Wano steht, ohne Frage, also, ähm, würde ich mich schon sehr stark wundern, ich glaube, dir geht es genauso, wenn es nicht jetzt der Schatzbaum Adam ist, oder wir bekommen vielleicht nochmal einen dritten Schatzbaum, das kann ja auch noch sein, ähm, wir haben ja auch noch diese komischen Linien, die im Hintergrund von Elbaf sind, das ist ja auch noch nicht so ganz geklärt, wir haben Birka, was vielleicht noch thematisiert werden kann. Ich meine, dass, ähm, dass der Schatzbaum auf Elbaf steht, passt ja auch insofern, dass Elbaf noch als Kriegsland betitelt wird und es, äh, wurde gesagt, dass viele Kriege um diesen Baum gefochten wurden in der Vergangenheit, also auch das würde ganz gut passen. Jaja, definitiv und, ähm, was ich interessant finde, ist halt, äh, sind diese ganzen Himmelsbewohner, diese Mondmenschen, sind die alle, die sind ja nicht alle auf die Erde gekommen, sind ja eigentlich nur die Schandier, die auf die Erde gekommen sind und, äh, dann sind wir ja noch bei dem Thema Lunaria, waren die mit dabei, ja, ja, sind die auf die, äh, äh, die Red Line gezogen, dann als sie runterkamen im Jahr Null, gehen wir mal davon aus, das könnte das Ereignis sein, sie kamen auf die Erde und, äh, dann hat sich das, das Jahr Null ereignet, ähm, dass die Menschen gesagt haben, oh, oh, hier die Ankunft der, das sind ja dann buchstäblich Aliens. Wenn wir dieser Mondtheorie folgen, wovon ich dann ausgehe, ist, dass du quasi nicht nur, ähm, die Himmelsmenschen hattest, die, äh, vom Mond gekommen sind, sondern auch die, äh, die Minks und so weiter. Die Minks haben ja auch eine Verbindung zum Mond, die Tontata, die Lunarian und so weiter, die alle, ähm, nur deren Monde wurden halt zerstört, deshalb sind die dann im Jahr Null schon runtergekommen, beziehungsweise die, die überlebt haben, sind runtergekommen. Ähm, was, was, was ich zum Beispiel ganz interessant finden würde, wenn du, ähm, so aufbauen würdest, dass du auf der einen Seite die Teufelsfrüchte hast, die dann beim Schatzbaum Adam waren und auf der anderen Seite hättest du vielleicht die Red Line, ähm, die ja dann auch den Baum, äh, den, den Sonnenlichtbaum Eva einschließt und dass du dann quasi hingehen würdest und dass die Red Line ihre Seele, als sie gestorben ist, in eine Frucht vom Sonnenlichtbaum, ähm, ja, transferiert hat, wo dann quasi ihre Fähigkeit drin ist, ähm, dass du dann quasi so das Gegenteil von einer Teufelsfrucht hast, weißt du? man könnte wirklich hingehen und sagen, okay, wir haben eine Götterfrucht, vielleicht nennt man es auch Teufelsfrucht, aber weißt du, was ich meine, du weißt, was ich meine, denke ich so. du hast auf jeden Fall die Verbindung mit dem Schatzbaum Eva an der Red Line, ja, klar, sie ist im Sabaody Archipel, aber das ist ja direkt an der Red Line, mit die Verbindung der blutroten Schlange, die höchstwahrscheinlich die Red Line ist, zu den Riesen, wo der vermutlich zweite Schatzbaum Adam steht. Und dann, pass auf, und dann hast du, ähm, hier, ähm, also man will wirklich, das will lange aufnehmen, ähm, genau, sagen wir, du hast diese, du hast diese andere Frucht, wo dann quasi die Fähigkeiten der Red Line drin sind, und die wurden von den Lunarien mehr oder weniger bewacht. So, weißt du, dass die Lunarien zwar als Götter dann bezeichnet wurden, weil sie diese mächtigen Wesen waren, die auf der Red Line waren, aber der Grund, warum sie da waren, war, um zu verhindern, dass irgendjemand diese Frucht ist. Und wer weiß, vielleicht ist dann irgendwann eine Person erschienen, die den Willen von dem Meer geerbt hat, Imu, und Imu hat dann diese Frucht gegessen, hat quasi so das Tabu bei ihnen gebrochen oder so, irgendwie sowas. Wer weiß, vielleicht ist Imu dann auch ein Lunarien oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht, das wäre auf jeden Fall ziemlich interessant. Was ich auch nochmal interessant finde, nochmal auf diese Theorie da zu sprechen, dass die Schatzbäume ja eventuell aus dem Weltraum kommen. Gehen wir mal davon aus, die Lunarier kamen nicht von dem Mondmond, den wir kennen, ja, also mit Enel und so weiter drauf, sondern von einem anderen Mond, weil sie sind ja auch nicht auf den Wandzeichnungen, die Enel gefunden hat. Da gibt es nur die Skypianer, die Birkaner und die Shandia. Und die haben ja auch alle weiße Flügel. Dann haben wir die Lunarier, die halt nochmal was Besonderes sind mit der dunklen Haut, schwarze Flügel, Feuer auf dem Rücken. Dass die vielleicht von einem anderen Baum, ach, von einem anderen Baum, sag ich schon, von einem anderen Mond kommen und die sich auf der Red Line niedergelassen haben, höchstwahrscheinlich genau dort, wo heute Mary Joa ist, weil wir haben auch noch diese Katakomben, die unter Mary Joa sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Sind die von der Weltregierung, sind die vielleicht noch vom alten Volk der Lunarier übernommen worden? Und man hat einfach Mary Joa oben drauf geklatscht und dann hätte man einen Schatzbaum direkt in der Nähe. Und gehen wir jetzt einfach mal weiter und denken, Elbaf könnte halt unter Birka liegen, der Himmelsinsel, und da haben wir einen zweiten Schatzbaum. Und ich weiß, vielleicht ist das hier wild spekuliert und vielleicht sehe ich da irgendetwas nicht, was dagegen spricht oder so, aber das ist mir irgendwie zu viel Zufall, dass wir zum einen eine, ich sag mal in Anführungszeichen Himmelsbewohnerrasse mit den Lunarier haben, einen Schatzbaum, Punkt. Und eventuell mit Birka und der Elbaf eine zweite Himmelsbewohnerrasse mit einem zweiten Schatzbaum. Vielleicht ist da was dran. Das ist alles, was ich sagen wollte. Und dann sind wir noch bei dem Thema, das möchte ich dann vielleicht auch als Abschlussthema machen, Teufelsfrüchte, warum zu weniger auf den Sky Islands? Liegt es vielleicht daran, dass auf den Sky Islands weniger Bäume sind, wo die wachsen können? Klar, wir hatten den Apeyat, der ja streng genommen nicht dort oben eigentlich sein sollte. Und auch hier wieder sehr interessant, die ganzen Skypianer und die Birkaner waren ja auch so in Richtung Worth, ja, Erde. Die wollten das ja haben. Deswegen ist ja auch Enel zum Mond, weil da war ja nur Worth, das Fairy Worth, weil dort vielleicht die einzige Möglichkeit war auch, dass Teufelsfrüchte wachsen konnten. Und dann wären wir auch wieder bei der Theorie, dass die die mitgebracht haben. Und einfach Bäume brauchten. Ja, und die wissen ja auch selber gar nicht mehr, warum sie das Ganze verteidigen und so weiter. Und weil die Schande ja wieder nach oben geschossen worden sind. Und da haben wir wieder diese Verbindung mit den Seelen, die in die Bäume gehen und die heiligen Bäume, die halt quasi im Apeyat, der ja auch... Ihre Totenbäume. Genau. Musse meinte damals im Shandora-Flashback, dass sie, wenn sie stirbt, also sie sollte ja das Opfer sein für die Seeschlange, was im Übrigen auch interessanterweise passt. Und dass sie dann quasi, wenn sie stirbt, den Sonnengott treffen würde. Und das Interessante daran ist, dass die Shandorianer, was wir später in dem Flashback erfahren haben, daran glauben, dass ihre goldene Glocke ihre Seelen in die Totenbäume lenken würde. Das heißt ja eigentlich, dass sie irgendwie glauben müssen, dass der Sonnengott, wenn sie ihn trifft und wenn ihre Seele in einen Totenbaum wandert, auch in einen Totenbaum ist. Irgendwie so passen als gezogen zusammen. Jetzt muss ich aber klarstellen, der Sonnengott war in dem Fall aber auch die Schlange. Wie ist sie? Kaminagi, die große Schlange, die von Nolan getönt wurde. Also die war alle vier Götter in einem. Das heißt, wenn sie geopfert wird, trifft sie den Sonnengott, weil sie halt ihm geopfert wird. Also da ist der Bezug. Kannst du gerne auch nachschauen. Ich glaube nicht, dass sie stirbt und dann den Sonnengott trifft. So war es nicht gemeint. Sondern sie trifft den Sonnengott und stirbt dann. Und sie trifft dann also den Gott des Regens, der Erde, des Waldes etc. Aber wir haben natürlich diese Verbindung mit den Seelen in die heiligen Bäume und so weiter und die Glocke. Das kann ja auch im Grunde nicht so großer Zufall sein, dass sich alles irgendwie dann so abspielt. Und da nochmal zurück. Wir haben sehr wenige Teufelsfrüchte auf Skype hier. Wenn man das mal überschlägt, du hast die Donnerfrucht, die halt dort oben gewachsen sein muss in Birka. Denn dort hat Enelsi her. Wir haben vielleicht noch die Pferdfrucht, die Pierre gegessen hat. Und maximal vielleicht noch diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Karma-Frucht, die Oruge gegessen hat. Sofern er sie damals dort gegessen hat und nicht irgendwo auf der Grand Line. Dass man das halt einfach auch damit erklären könnte, dass die Himmelsinseln halt wesentlich kleiner sind. Also im Vergleich zur Erde. Es gibt viel weniger Himmelsinseln, als es Inseln auf der Erde gibt. Und dazu kommt, wenn die Teufelsfrüchte wirklich im Schatzbaum Adam waren, macht es mehr Sinn, dass sie auf der Erde verbreitet sind und dass dann über die Jahrhunderte weniger Teufelsfrüchte eben dort gelandet sind. Oder wer weiß, vielleicht wurden sie auch irgendwann zur Erde heruntergebracht. Muss ja nur irgendeiner eine Teufelsfrucht essen, sich denken, ich wandere mal oder ich, das hieß glaube ich Island Hopping oder so, wenn die von Insel zur Insel gehen und weiß nicht, fällt dann dabei runter oder so oder geht einfach nur so zum Blaumeer, wie sie sagen, stirbt dann da und schon ist die Teufelsfrucht unten. So, ich denke mal, dass man das so erklären könnte. Und dann gibt es vielleicht wenige Teufelsfrüchte, wie zum Beispiel die Frucht von Enel, die ja eventuell auch damals auf dem Mond benutzt wurde, weil es ist schon ein großer Zufall, dass diese Stadt perfekt von dieser Teufelsfrucht betrieben werden kann. Und dass sie da herkommen und dass sie solche Teufelsfrüchte vielleicht behütet haben, wie so ein Nationalschatz oder so und dass Enel sich dann eines Tages doch sehr gut, ich snack die Frucht jetzt einfach. Vielleicht gehört Enel auch zu irgendeiner königlichen Familie oder so da und kam dann so da ran, irgendwie sowas. Vielleicht weiß er deshalb auch so viel. Ich denke, so könnte das schon, so in diese Richtung könnte es gehen. Und wer weiß, vielleicht werden wir mehr erfahren, wenn Uruch endlich mal in die Story kommt. Ja, ich hoffe ja stark im Elbafark und dann sage ich auch, Enel kehrt zurück im Elbafark, aber halt nicht vom Mond, sondern als Flashback, weil der dann wichtig ist. Und den könnte uns Uruch erzählen. Wie ist das damals gewesen, als Enel diese Frucht und wie hat er sie bekommen und wer war Enel eigentlich, bevor er Gott in Skypiea wurde? Ich glaube, das ist relativ wichtig, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, der hat ja auch diese Typen, die ihn begleitet haben, nach Skypiea mitgebracht. Das waren ja seine Priester. Die werden ja auch nicht umsonst gesagt haben, wir folgen Enel. Das war ja quasi so ein bisschen so wie bei Doflamingo, der junge Herr. Aber klar, da hat man das halt gesehen. Die haben das ja quasi als Familie aufgebaut. Aber haben die sich Enel einfach angeschlossen, weil die, ich sag mal, salopp Schiss vor ihm gehabt haben, weil er so krass ist? Oder haben die sich ihm angeschlossen, schon als er dann die Frucht geholt hat und dann Turn-Up auf Birka halt abgezogen hat? Das wird interessant werden, auf jeden Fall im Elberfakt. Wie gesagt, da muss Uruch kommen, der muss uns die Story erzählen. Klar, das ist nicht bestätigt, dass er von Birka kommt, aber auch da, wie der Schatzbaum Adam so bei 99 Prozent so gut wie sicher, es fehlt halt einfach nur noch die Bestätigung. Aber ich denke, damit sind wir durch. Ich glaube, wir haben alles durchgequatscht und viel abgeschweift und sind auf ein paar sehr, sehr interessante Ideen gekommen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen ganzen Ideen, sofern ihr uns folgen könnt, haltet. Ja, sind nicht wirklich durchdachte Theorien, da müsst ihr uns ein bisschen in Schutz nehmen. Es sind Ideen, Ansätze, ja, Spekulationen, die wir geäußert haben, was euch vielleicht auch anregt, eigene Theorien zu entwickeln und ihr sagt, hey, ihr habt mich da auf den Gedanken gebracht, hier ist meine Theorie dazu, alles ab damit in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, geht bei Badeku mal vorbeischauen, lasst da auch ein Abo da, schaut ein paar Videos, um euch zu informieren. Ich bedanke mich bei dir, dass du wieder mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt fürs Einschalten und Zusehen. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt uns gewogen, bleibt One Piece gewogen. Ich sage Ade und die letzten Worte von Badeku. Freut mich, dass ich mal wieder am Start sein konnte und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.